So, das war die 30, PSP 110 und die 31 kommt jetzt, Warschow von Garouf, 380 NEM, 35 Sekunden Brindau, jetzt knacken wir also die halbe Minute und arbeiten uns weiter vor, Nummer 31 jetzt. Das war die 31 und wir kommen zur 32 zu Eignis von Veko, 15 Schuss, wir liegen hier bei 180 NEM, die Position Nummer 32 kommt jetzt. So, das war die 32 und jetzt kommt wieder ein Produkt von Black Box, die Nummer 33, Schrill Bill, 25 Schuss sind das jetzt und 35 Sekunden Brenndauer. Schrill Bill, die 33 jetzt bei uns. Die 33 war das, die 33, Schrill Bill und Sipia kommt jetzt, die Nummer 34 von Pyro Art. Das sind jetzt 53 Schuss, 360 NEM. Wenn sie reingehen, nach oben. Wenn sie reingehen, nach rechts, sie sind halt hoch. Vielen Dank. 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 Die Nachbarin, glaube ich. Nummer 38, Titti und Schwester. Das war die 38, jetzt kommt die 39, die Black Mamba von Pyro Austria. 465 Gramm, 39, Black Mamba. So, ein schöner Blumenkohl war das. Einen Marathon in 40 Sekunden, das ist eine Riesenleistung, das werden wir jetzt erleben und das passt zur Position Nummer 40, 40 Sekunden schnell. Dieser Marathon von Pyro Austria, unsere nächste Abbrennenposition, Marathon mit der Nummer 40. Marathon mit der Nummer 40. Das war Marathon mit der Nummer 40, das war Marathon.